Wie geht denn jetzt der Pfirsich-Mehlbauer? Zwei Kugeln Vanilleeis und zwei Kugeln Pfirsicheis. Dann kommt die Sahne drauf und da drauf kommt Krokant. Aber vor der Sahne sind noch zwei Pfirsich-Schnitze. Und auf der Sahne kommt die Waffel drauf. Aber ich kriege ja immer zwei Waffeln. Also eine extra, weil ich ja Stammkunde bin. Und als letztes kommt dann die Himbeersoße. Der ist nicht für Pfirsich-Mehlbauer. Das ist Banane. So geht das überhaupt nicht. Das gibt Ärger. Das gibt richtig Ärger. Die wirst du mal mit ein bisschen mehr an positiver Unterstützung. Das ist schon wieder falsch. Weil da sind ja jetzt noch die Bananenreste dran. Ja, dann hoffen wir mal, dass uns nichts Schlimmeres passiert, als Bananenreste am Pfirsich-Arzt. Das ist Vanille. Und jetzt die Sahne, ne? Pfirsich-Schnitze. Das ist Ananas. Pfirsich-Schnitze. Ja. Schön glipschig, du. Schnitzel. Jetzt kommt Sahne. Und jetzt kommt Krokant. Zum Schluss kommt die Himbeersoße. Du sagst schon. Stopp. Und jetzt kommt die Waffel. Aber ich krieg zwei. Zwei. Oh nein. Was? Da gehört noch eine Schokokugel mit dazu. Aber eigentlich gehört die Schokokugel unter das... Du gehst dir jetzt da hin und isst dein Eis! Oh nein. Bis zum nächsten Mal. Du gehst dir jetzt da hin und bist du mit. du gehst dir jetzt da hin und ist es. Du gehst dir jetzt das cancer bitte.